Leute, es gibt neue Infos zur Geschenkeinpackstation bzw. zur Verpackungsmaschine. Und zwar werden diese Slots, die man hier sich erweitert hat mit teuren Diamanten, nicht gespeichert. Also wirklich, es wird nicht gespeichert für einen der kommenden Events. Genauso wie die Meisterung der Maschine. Es wird auch nicht gespeichert. Das heißt, es ist jetzt einmalig bis Anfang Januar. Deswegen empfehle ich euch, gebt auf keinen Fall zu viele Diamanten für die Slots aus. und investiert nicht so viel, auch damit gleichzieht, in die Meisterung der Maschine. Denn es wird nicht gespeichert. Ich weiß, ich habe das häufiger gesagt, dass es gespeichert wird. Es war auch so geplant vom Team, dass das gespeichert wird, aber es ist anscheinend nicht so. Also ich habe jetzt auch die Bestätigung offiziell von Supercell, dass es definitiv nicht gespeichert wird. Denn die Begründung dafür ist, dass sich das Team noch nicht sicher ist, ob das Event jemals wiederkommen wird bzw. wenn es wiederkommt, in welcher Form es wiederkommen wird. Deswegen werden auch am Ende des Events alle Geschenke verschwinden. Deswegen gebt auf jeden Fall alle eure Geschenke aus. Und die Hollys werden am Ende des Events in Geld umgewandelt. Das ist ja auch schon eine neuere Information, die nur im Livestream erwähnt hatte. Das findet man auch hier auf diesem Event-Ding. Da unten steht, wenn das Ereignis vorbei ist, werden deine restlichen Winterbären bzw. Hollys in Münzen umgewandelt. Das ist auch so, ich weiß den Umrechnungsfaktor noch nicht. Im Livestream haben wir ausgerechnet so 400 bis 600 pro Holli. Kann aber nicht sein, weil es ist ja ein Shop. Deswegen wird es auf jeden Fall weniger als 400 sein. Aber es wird auch mehr als 1 sein. Also zwischen 1 und 400 pro Holli. Wenn es natürlich mehr ist, dann sollte man natürlich schon Holli fahren. Wenn es jetzt nur eine Münze ist, wäre es natürlich kacke. Aber so an sich kann ich euch empfehlen, Hollis zu fahren. Macht trotzdem Sinn. Aber kauft euch hier nicht die Slots, denn das rentiert sich nicht. Ja, sobald ich den Umrechnungsfaktor weiß, also wie viele Münzen man pro Holli raushaut, werde ich das auf Discord schon mal schreiben und natürlich auch in einem der nächsten Videos hier erwähnen. Genau, das erstmal zur neuen Gespenkeinpackstation. Ey, ich bin echt frustriert. Ich habe mir alle Slots gekauft, weil ich so sicher war. Weil Supercell gesagt hat, ey, das wird gespeichert. Und jetzt habe ich mir alle Slots gekauft für teure Diamanten. Und jetzt habe ich nichts davon beim nächsten Mal. Also ich bin echt deprimiert. Ich bin auch echt ein bisschen sauer. Aber was wir mal machen, ist halt so. Neues Feature muss ausgetestet werden. Und wenn man dann zu euphorisch ist, so wie ich meistens, dann muss man auch manchmal den Preis dafür bezahlen. Tja. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren. Und ja. Die Livestream-Zusammenfassung, also von dem Livestream, wo wir das erste Mal die Einpackstation gespielt haben. Das kommt morgen. Deswegen, dieses Video war jetzt erstmal wichtiger. Wegen den Infos, damit ihr euch auf jeden Fall nicht die Slots holt. Und auch schon mal Bescheid wisst. Beziehungsweise das im Hinterkopf habt, wenn ihr euch irgendwas holen wollt. Und wie ihr damit weiterspielt. Genau. Denkt an den Creator-Code hier. Hier sind noch neue Sachen im Shop. Das war ja eigentlich auch als Angebot mit Geld geplant. Also ich habe da extra kein Video zu gemacht. Aber ja. Ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas komisch wieder damit ist. Kam jetzt wieder als Diamant-Angebot. Naja. Im Moment ist es ein bisschen schwierig mit der Info. Aber es wird auch wieder besser werden. Denkt an den Creator-Code Soroma B. Danke, denen das macht. Bald kommen wir noch Weihnachtsangebote mit Geld. Und anderen Dekorationen. Und guten Diamanten. Deswegen haltet ihr auf jeden Fall mal Ausschau im Shop. Und Ausschau hier auf YouTube. Ich werde dazu noch ein Video machen. Genau. Danke fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo würde mich sehr freuen. Haut rein. Ciao. Ciao. Tschüss. Vielen Dank.